Oh, ich muss was saufen. Herstellung müsste es hier sein. Da fehlen mir die Sachen, Waffen-Ding, Zahnräder brauchst du drei. Ja. 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 auch Waffenbank. Nee. Ich hab nur die Repetierpistole und die macht 50 Schaden, aber ja das könnte dauern. Weil die musste man ewig lang nachladen. Das war's für mich. Was ist das? Sag mal, was rennt denn der hier um den Baum? Ich seh dich nicht. Ich schieße gerade auf einen, aber treff den nicht mit dem scheiß Lappetierding. Wieso schießt immer dieses Watt, schießt immer daneben. Ach super, jetzt bin ich gleich dort. Oh! Das ist ein Wunder, Kamm! Oh! Ah! Ah! Oh! Oh, Felix! Ah! Oh Nein, von links. Oh, ohne Munition ist jetzt halt immer ein bisschen Mauer aus, ne? Oh, ohne Munition. Oh, ohne Munition. Oh, ohne Munition. Oh, ohne Munition. Okay, die Frage ist, hier liegt irgendwo meine Leiche, ne? Oh, ohne Munition. Ne, sehen kann ich das immer noch nicht. Ne, mich leer machen, heilen. Oh, ohne Munition. 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 Esig hätte ich noch. Jagdgewehr habe ich auch noch Schuss. Aber die müsste ich alle reparieren. Ne, die gehen bald kaputt. Hinten kannst du das Wasser übrigens nicht nur abkochen, sondern äh. auch Ding machen mit der Laborstation. Also es sah ja richtig sauber aus Wasser. Das war jetzt hart, also ohne Munition ist es echt schwierig. Aufbereitete schon, aber du kannst dieses, äh. Nicht das abgekochte, sondern das andere da hinten herstellen. Hm. Hm. Vielen Dank. So, dann muss ich jetzt erstmal runter zum Wasser und mir Wasser holen. Ja, ich drück da immer gleich, keine Ahnung wie oft ich paar Mal Wasser dabei hab. Und das tue ich nochmal gleich aufbereiten oder abkochen oder wie auch immer. Genau, ja. Ja, dann habe ich genug Wasser auch mal dabei. Das hat man ja gleich, als man mit dem Spiel angefangen ist, beigebracht bekommen. So, Waffen. Was haben wir denn hier noch Schönes? So, dann brauche ich nämlich noch Holz. Die Pistole kann ich auch noch mit reinnehmen. Oh, das gibt viel Holz. Ah, hat auch ein bisschen Survival-Aspekte das Spiel, ne? Das sind Progewehr. Ja. So. Ah, hier gibt es nichts an Holz. Einmal will ich aber noch Holz haben. So, das sollte reichen. Dann kannst du ja schon mal die Quest weitermachen. Schön ist, hier ist eine Powerrüstung, die kannst du aber nicht verwenden. So, irgendwo war ja eine Tür, da geht es rein. Ja, die müssten jetzt alle weg sein. Sind fast. Ja, drin sind noch welche aber. Nö. Oh ja, doch. Ich höre irgendwo noch was. Auch drin sind noch welche, wie das dann auch. Das ist ja einer. Mensch, zieht die Waffe, Junge. Okay, ist die Tür auf, weil die haben selber die Tür aufgemacht. Na? Ich habe doch einen Schlüssel. Ach so. Mein Spiel mögen, Mensch. Spaß haben. Spaß haben? Ja du. Arschu. Wir spielen, kleiner Mensch. Ah ne, Alter, die Waffe ist ein Arsch gegangen. Die Pumpgun ist zerstört, ey. Das ist ja ätzend, ey. Aber die Super Mutanten sind nicht so schlau, dass sie gleich hinterher laufen. Nichts. Ja, nicht. Wir werden in die Luft kommen. Aber dann die Luft kommen. Ich kann mich nicht runterladen. Mal sehen, das ist ja das in der Luft. Ich würde mal loslaufen, dass ich es nicht verletzt habe. Das ist ein Schlaufer. Ich würde mich nicht dazu voraus, dass es ein Schlaufer hat. So, da jetzt noch. Oh, ein Whisky. Kann man mal gut gebrauchen. Ja, Whisky ist immer gut. Wieder Kleber. Wenn man den Kleber braucht, kriegt man den auch untauernd. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Wo läuft denn der hier um? Da ist doch hier irgendwo. Boah. Er ist down. Jo. Warst du hier schon fertig? Ja, ne? Jo. Jetzt sind wir wieder zum Wood anwesen. Siehst du mich jetzt wieder? Nee, ne? Nee. Wollen wir jetzt kurz vom Server runter und wieder rein? Kann man machen, ja. Ja, lass mal machen, ist besser. Du stehst ja immer noch nackt rum. Siehste. So, Schrott weg. Schrott, ne? Ja. Ich tu mal den Schrott weg und dann transferieren. Okay, so viel Schrott hab ich gar nicht. Achso, ich muss die Pumpgram wieder reparieren, wenn das geht. Was macht man mit dem Feuerzeug? Es ist immer noch als Quest unterlegt mit dem Feuerzeug. Weiß ich nicht. Lass uns mal vom Server runter. Jo. Da wollen wir mal neu starten. Ja. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Eben mal neu starten. So, willkommen zurück. Ja, es geht doch schön viel einfacher. Hey! Ach, das war er, ey. Komm. Alter. Alter. Hast du halt geschmissen? Nee. Deiner wollte es schmeißen. Konter aber nicht. Alter. Voll Kopf abgehackt. Hä? Genau. Dieser Freund. War ja eine Kronkorken. Bei alles, was du hast. Ich bin schon wieder überladen. Das gibt es ja noch nicht. Ergreife Mad Dog Malone. Fünf Minuten haben wir dann noch Zeit. Wo ist der Mad Dog Malone? Ach. Kriegen wir nämlich beide eine Malone für. Weißt du, wo der ist? Oben ist der, ne? Da oben drin ist er. Wir müssen rein da. Ja, ich habe einen Schlüssel. Warte. Ich auch. Gestern noch. Ja. Hier ist Mad Dog Malone. Oh. Oh, ich hab viele, Alter. Boah. Ach du Scheiße. Komm, lass wieder zurück zur Tür gehen. Erstmal. Ich muss, ich habe einen Platz gehauen. Das muss man nacheinander machen. Das ist Mad Dog Malone. Nein. Mach du erst jetzt. Dieser Pound. Oh, hau ab, Mann. Ich kann nicht rennen. Ich bin überladen, ey. Ich habe ihn gleich. Einen Teufel noch. Jawoll. Aber ich habe ihn getötet. Ich bin überladen, ey. Ja, aber ich habe da keine Probleme mit mir. Ja, du hast doch schon Stärke ausgebaut. Ich habe das mal auf Ding. Gesundheit lieber. Ach so, ich habe mir eine Absicht so gemacht. Ich wollte das auch so haben. Oh, Mann. Das ist doch hier Mad Dog Malone. Was liegt denn jetzt hier? Ach so. Was ist das? Was ist denn da noch drin? Alter, Maul. Oh, das gibt es nicht. Noch eins. Ich hoffe, Mad Dog Malone, Alter. Erstmal brauche ich es. Den Weg. Komm. Jetzt machen wir es fertig, meine Lieben. Oh, jetzt sind zwei. Die haben wir hier unten überrannt. Boah, wir machen den Mad Dog jetzt laut. Die fette Melodok. Gleich haben wir ihn. Ja, voll. Das ist noch ein Mad Dog Malone. Das ist der Wichtige. Leider muss ich alles alleine machen. Oder schießen wir doch mal auf. Du schießt, du schießt, ja. Ach so, dann ist es los. Noch ein Treffer noch. Jawoll. Ah, endlich. Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit für ein kleines Schwätzchen? Boah, 120 Geld gab es. Und 550 EP. Geil, Level Up. Ja. Aber mir dauert es ein bisschen länger mit Level Up, obwohl ich habe auch gut Geld bekommen. Gefängniswärter. Ne. Das hat sich hier aber richtig gelohnt, das Event. Und dass das auf einmal aufgetaucht ist. Das ist fett was Wurzeln hier auch. Munition und alles. Ja, Jagdgewehr Plus. Das kann ich austauschen, wie in das andere Jagdgewehr. Das Plus muss besser sein. Das ist das Normale. Wo ist das Plus? Jetzt hat er das Plus nicht an. Was ist das? Wird das weg? Nein, das kommt weg. Das kommt weg hier. Kann ich auch überladen. Ich habe den Vorschlag aufgenommen, die wir nicht haben. Jetzt haben wir die Brandacht, ach die Brandacht ist nicht mehr so gut, Baseballschläger, das fehlt 6,4, erstmal muss die Pumpgun weg, oh nein, was macht ihr denn hier, alter? Haftbefehl, geil. Oh, ich habe eine Quest bekommen, unter falschem Verdacht, ganz plötzlich. Inventarlämmerung. Hast du die auch bekommen, unter falschem Verdacht? Nee. Nee. Bei mir sind so ein Roboter geschahnt, tot gehauen. Nein. Da bin ich nicht aufgepasst. Nein, ich habe fast Level ab. Oh, der Dendron blüht der, ach so. Beine ist andere. Mach du Schande! Du schlagst zu, wie Red Kankerlake. Alter, was machen die denn jetzt alle hier, alter? Die sind ja Level 16. Ich bin überhaupt noch da, aber warum redest du? Ich steh hier. Ja. Boah. Was macht denn der, der Bitboss hier, alter? Ja. Ja, jetzt gibt das von vorn und hinten. Oh, geil. Ich habe eine neue, des Killers, Fallensteller, rechter Arm. Der Typ war legendär. 8% Schaden durch Spieler. Aha. Relevé verdünnt. Raiders Rüstung linkes Bein. Nehmen wir mit. Nee, da waren oben zwei so eine Roboter aufgetaucht. Da habe ich die Platt gehauen. Der hat einen Haftbefehl gehabt. Den Haftbefehl habe ich aufgenommen. Ja, und dann gab es eine neue Quest. Nicht schlecht. Oh, das automatische Wehr kommt weg. Das ist doch zu viel. Aber das hat auch nicht was gebracht. Pump-Action kann ich momentan sowieso nicht reparieren. Dann kann die auch weg. Laser-Pistole. Ja, kann man machen. Dienmal Nummer. Dienmal Nummer. Dielen. Oh, meine Due. Dienmal, das war mir. 있는 Ernst. Dienmal, das war ich nicht. Dienmal, das war nicht. Fassion, das war. Achso. Dienmal, das war mir nicht. Dienmal, das war es nicht so ein Gewerußer. Vielen Dank.